Ich bin Conny Sensation, euer Coach und Vermögenstrainer. Ja, heute zeige ich euch, was ich mache und zwar im genaueren, was für Produkte mein Leben verändert haben, damit ich heute mich wohlfühle und total fit bin. Schmerzfrei, das ist ganz, ganz wichtig. Und das andere ist die Vermarktungsstrategie. Und jetzt bekommt ihr einfach einen Überblick darüber und ich freue mich darauf, euch das vorzustellen. Ja, und worum geht es? Es geht um das Unternehmen Relive. Und das ist wirklich ein wunderschöner Name, denn der steht entweder für, ja, zurück zur Jugend oder eine zweite Chance im Leben. Und darunter seht ihr drei Fähnchen und die stehen für Körper, Seele, Geist. Also ganz heidliche Hilfe. Okay, und es ist so, wenn wir morgens aufstehen, stellen wir uns ja oft belanglose Fragen, wie was mache ich, was ziehe ich an und was koche ich heute. Aber es gibt sehr, sehr viel wichtigere Fragen, wie zum Beispiel, wie kann ich optimale Gesundheit genießen? Gesundheit ist das höchste Gut oder vielleicht mein eigener Chef sein, meine Lebensqualität verbessern und dadurch meine Zeit selber einteilen können oder vielleicht einen Unterschied in der Welt machen, was für mich etwas ist, was sehr wichtig ist. Ja, Relive ist eine Antwort für optimales Wohlbefinden und finanzielle Freiheit. Was mich sehr beeindruckt hat an diesem Unternehmen, weil es gleich von Anfang an darum geht, etwas zurückzugeben. Ja, es gibt diesen wunderbaren Mann, da seht ihr rechts unten, der Dr. Theodor Kalogris. Mit dem hat alles angefangen. Dr. Kalogris, wir nennen ihn Dr. Ted, der war im Zweiten Weltkrieg und wurde da schwer verletzt, da wurde er im Rücken geschossen, er war Fallschirmspringer und als er im Rücken geschossen wurde, ja, da haben sie ihn dann quasi zusammengeflickt, in den Rollstuhl gesetzt und hat gesagt, so, du musst lernen, damit zu leben und auch mit den Schmerzen. Dr. Kalogris ist ein Mikrobiologe, Hämatologe und Immunologe und er hat einfach geglaubt, dass es etwas geben muss, was die Zelle regeneriert. Das hat ihn dazu motiviert, in die Forschung zu gehen, für 10 Jahre und 800 Selbstversuche, um eine Formel zu entwickeln, die die Zelle regeneriert. Also es ging um im Zell Erneuerung. Als er damit abgeschlossen hatte, fing er an, das zu trinken, ganz regelmäßig. Und nach zwei Jahren haben sich so viele Dinge in seinem Körper verändert, dass der Mann aus dem Rollstuhl aufgestanden ist. Und so hat die ganze Sache gestartet. Sein Herz ist, Menschen zu helfen, so er hatte diese Stiftung ins Leben gerufen, wo wir täglich mehr als 40.000 Menschen, hauptsächlich Kinder, ernähren. Und da sehen wir einfach kurz ein Video dazu. More than one billion people worldwide struggle daily with their health and malnutrition. Every five seconds, a child dies from hunger-related diseases. Six million die each year. Relive has formulated life-changing nutritional supplements since 1988. The Relive Klogras Foundation was established to deliver those products to those most in need and to help nourish our world. Through our U.S. and international feeding programs, Relive Now for Kids is changing the lives of more than 42,000 children every day. These kids are just a few of the thousands we are helping nutritionally and emotionally. Just look into their eyes and you will see a glimpse of what's inside their hearts. Ja, und Florian und ich unterstützen zwölf Kinder jedes Monat und es ist wirklich ein Unternehmen mit Herz, ein Familienunternehmen, das auf einem starken Fundament beruht und hat gestartet mit diesem wunderbaren Ehepaar, das ist Robert und Sandy Montgomery. Und zwar war er Millionär in der Versicherungsbranche, aber beide wollten einfach etwas finden, um ihre Gesundheit einfach zu erhalten, denn sie haben schon jung erlebt, dass ihre eigenen Eltern an Krebs und Herzproblemen gestorben sind. Sie haben Dr. Carl Luchas kennengelernt auf einer Gesundheitsmesse und waren sehr beeindruckt von seiner Forschung und haben dann als Familie einfach gestartet. Damals gab es keine Vermarktung, aber sie wollten einfach das nehmen für sich und nach fünf Jahren entdeckte man, dass der Robert Montgomery schon seit Kindheit an einen Gehirntumor hatte und der musste unbedingt entfernt werden. Jetzt hatte er natürlich diese schwere Operation. Was allerdings war, ist, dass er nach drei Tagen aus dem Bett war und alle waren total erstaunt, die Ärzte, die Schwestern und am vierten Tag wurde er entlassen. Und da haben dann er und seine Frau beschlossen, dieses Produkt muss unter die Menschen. Und so hat die ganze Sache einfach gestartet und inzwischen ist es so, dass der Sohn übernommen hat, der Ryan Montgomery und der führt dieses Unternehmen in dem Sinne weiter und der Sinn einfach ist, einfach anderen Menschen zu helfen, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Dann braucht man nicht auf seine eigenen zu schauen. Das ist das Motto und es ist sehr stabil. Das Unternehmen, wir machen das alles selbst, die eigene Herstellung, Forschung und Entwicklung. Es ist international, man kann international Menschen helfen und mehr als über 30 Jahre erfolgreich. Und das bedeutet was in der heutigen Zeit? Ja, ein bodenständiges Unternehmen. Wir sind auch bei verschiedenen Organisationen präsent. Was in Deutschland wichtig ist, ist die Kölner Liste. Die Kölner Liste steht dafür als Prädikat für Sportler. Das heißt, wenn ein Produkt an der Kölner Liste ist, ist es Stopping-Fry. Und wir unterstützen auch Athleten, das sieht man hier. Wir sponsern die mit unseren Produkten und die bringen hervorragende Leistungen. Das wäre auch einfach mal interessant zu hören, was einer nach dem anderen da einfach für Leistungen bringt. Und jetzt gehen wir mal nochmal weiter. Was ist eigentlich der Unterschied? Wie stellen wir uns heraus? Ja, die Sache ist die, wir leben ja in einer Zeit, wo es einfach weltbekannt ist, dass wir nicht mehr die Nährstoffe bekommen. Die Boden sind ausgelaugt und die Lebensmittel, die wir kaufen, die sind einfach mit Aromen versetzt, mit irgendwelchen Haltbarkeitsstoffen und Füllern und was weiß ich alles für Dinge. Fleisch mit Antibiotika. Und was der Körper einfach braucht, ist gesunde Nährstoffe. So der Unterschied ist, wir haben hochwertige Ernährung und garantiert qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe. Und das können wir belegen. Und zwar werden alle Inhaltsstoffe viermal geprüft, bevor überhaupt die ganze Produktion stattfindet. Also und der Fertigungsstandard übertrifft weltweit die strengsten Normen. Und das ist mit auch sehr, sehr wichtig, wenn man durch das Gebäude geht, durch die Fabrik, da kann man, man könnte vom Boden essen, nicht, dass man das sollte, aber wie gesagt, ja, also die firmeneigene Herstellung in den USA. Und deshalb R&D ist Research and Development. Hier sind unsere Köpfe der Wissenschaft. Das ist der Dr. Carl Hastings und der Dr. Alfredo Galvez. Nicht nur haben die neuen US-Produktpatente und klinisch erprobte Rezeptoren. Dr. Carl Hastings ist sehr bekannt als leitender Wissenschaftler von über 5000 in den Vereinigten Staaten, gehört er zu den Top 10. Und der Dr. Galvez, der hat Lunazin entdeckt, das Sojapeptid. Davon werden wir jetzt hören. Und zwar die Frage, Ihre Gesundheit ist Genetik und Lebensstil. Das ist so allgemein eigentlich bekannt, aber was wäre, wenn Sie beides beeinflussen könnten? Dazu schauen wir uns einfach ein kurzes Video an, das das super, super ergibt. Dieses ist Deine Geschichte. Wer Du bist begann mit der von Mutter und Vater ererbten DNA. Deine DNA macht Dein Genom aus. Der genetische Entwurf, der Dich zu der Person macht, die Du bist. Es stellt sich heraus, dass es ein höheres Level an Komplexität mit dem Namen Epigenom gibt. Und so funktioniert es. So wie Du durchs Leben gehst und Entscheidungen triffst, fügen Deine Epigenome Deiner DNA genetische Markierungen hinzu. Diese Markierungen arbeiten wie ein Helligkeitsregler und kontrollieren, welche Gene wann und wie viel genutzt werden. Ein guter Lebensstil schaltet die gesunden Gene an und die ungesunden Gene ab. Doch schlechte Entscheidungen tun genau das Gegenteil und führen durch falsch gesetzte Markierungen zu ernsthaften Gesundheitsproblemen. Sieh es einmal so. Wer Du bist, ist im Kugelschreiber und auch im Bleistift geschrieben. Dinge, die im Kugelschreiber geschrieben sind, kannst Du nicht verändern. Das ist DNA. Doch Dinge, die im Bleistift geschrieben sind, kannst Du verändern. Das ist Epigenetik. Was wäre also, wenn es einen einfachen, erprobten Weg gäbe, gute Gene an- und schlechte Gene auszuschalten? Und den von Deinen Eltern hinterlassenen genetischen Code zu verbessern, um Dein bestmögliches Du zu werden? Und sogar diese gesunde Epigenetik an Deine Kinder weiterzugeben? Lerne LUNISIN kennen, die epigenetische Supernahrung. Und das ist die Möglichkeit, dass es die Gene an- und schlechte Gene anzuladen muss. Es hat viele Gesundheitsbedingungen gezeigt, und das betrifft die Immunergebung, Antioxidant-Effekt, Inflammation und generelle zelluläre Gesundheit. LUNARICH maximiert die Amount von bioaktiven LUNISIN, die in Relief-Produkten gefunden haben. Du kannst nicht die DNA, die du hast, aber du kannst die Gene durch Lebensstilfehlungen kontrollieren. Mit LUNISIN kannst du deine Gesundheit auf ein ganz neues Level bringen. Ja, und das ist ja wirklich fantastisch. Also ich muss sagen, wie ich zum ersten Mal davon gehört habe, war ich tatsächlich überwältigt. Weil es gibt ja so Überlieferungen, dass man bei den Genen überhaupt nichts verändern kann. Aber die Epigenetik hat bewiesen, und zwar, wenn man das vereinfacht erklärt, man kann die guten Gene anschalten und die schlechten ausschalten. Und LUNISIN ist wirklich der erste Nährstoff, der identifiziert wurde, der auf epigenetischer Ebene arbeitet, um eine optimale Gesundheit zu fördern. Ja, was sind eigentlich die Vorteile und der Nutzen? Dass der Cholesterinspiegel auf natürliche Weise reguliert wird. Die Entzündungsherde im Körper, ja, die werden gehemmt. Antioxidativer nutzen bedeutet, dass die Krebszellen, ja, damit eingedämmt werden. Das Immunsystem wird gestärkt. Allgemeine Zellgesundheit. Und was ich sehr, sehr interessant finde, dass es mehr als 50 veröffentlichte Studien gibt und immer mehr und sehr, sehr viele, sogar Harvard University, die sind total erstaunt darüber. Und Relev ist wirklich das einzige Unternehmen, das das hat. Und alle diese Studien sind nicht von Relev. Und das ist sehr, sehr interessant. Also man kann sich wirklich etwas tiefer mit der Epigenetik befassen und findet heraus, dass es tatsächlich eine Wissenschaft ist, die funktioniert im Körper. Hier, so sieht es aus, das Lunar Ridge C, das ist das konzentrierteste LunarSinn verfügbar. Und ja, wir sind einfach einmalig und das ist besonders. und nicht nur wegen dem LunarSinn, sondern wir haben patentierte Rezepturen und es ist einfach, aber effektiv. Und es enthält alles. Essentielle Vitamine, Mineralien, Kräuter, Pflanzen, Inhaltsstoffe. Und hier steht es eben nochmal, wir besitzen die Lunar Ridge Zutat in seiner Gesamtheit. Vom Extrationsprozess bis hin zu den patentierten Wirkungsmechanismen im Körper. Und wir besitzen dieses Patent für 21 Jahre. So, das ist eine ganz interessante Sache. Das hat wirklich kein anderes Unternehmen. Und hier sehen wir einfach die Basisernährung. So habe auch ich gestartet. Einfach ausgewogene Ernährung mit nur zwei Shakes am Tag. Das Klassik, das hat der Dr. Kalogas entwickelt. Das ist auf Sojabasis, hat über 70 Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, Proteine, Proteine in ausgewogener Form. Und das Nau ist sehr ähnlich. Das hat der Dr. Hastings kreiert. Und es schmeckt nach Vanille. So, es geht mehr oder weniger entweder das Klassik neutral oder das Nau schmeckt nach Vanille. Auf alle Fälle ist es Ernährung leicht gemacht. Dann haben wir zielgerichtete Lösungen. Es gibt ja oft spezifische Bedürfnisse. Und da starte ich mal mit dem Energize. Energize ist ein isotonisches Sportsgetränk. Und das sorgt dafür, dass die Zellen bewässert werden. Ich meine, ein Problem ist auch, dass man zu wenig trinkt. Aber auch wenn man viel trinkt, dann soll aber auch alles absorbiert und aufgenommen werden. Und das Energize sorgt dafür, und das ist auch prämiert worden von Runner's World als Nummer 1 Sportsgetränk. Und dann gibt es das Fiber Store. Das wurde entwickelt, um Krebs im Körper zu vermeiden. Das ist einfach super. Das hat sehr viele Ballaststoffe, Antioxidantien, Enzyme und sorgt dafür, dass Magendarm, Herz, Kreislauf in Schuss ist und gut funktioniert. Und dann gibt es ein Produkt für Kinder. Das heißt Nau for Kids. Das ist Vanille. Das ist auch ein Spitzenprodukt, wo wir Kindern schon mit den schwierigsten Situationen helfen konnten. Und zwar hat es Gehirnnahrung drin, die Omega-3-Fette. Und es sorgt auch dafür, dass das Skelett oder der Knochenbau sich gesund entwickelt. So oft haben ja die Kinder Wachstumsschmerzen. Das ist das eine. Oder wir haben Kinder mit ADHS heutzutage ganz viele Probleme. Und oft ist es ja einfach wirklich nur ein Nährstoffmangel. Wir leben immer wieder, dass Kinder, ich kenne einen kleinen Jungen, der war in der Schule, der hat alle geärgert, der hat den anderen Kindern die Haare gezogen, der hat nicht gelernt, der war frech. Und die Mutter hat ihm dieses gegeben und auf einmal saß er da, hat aufgepasst und die Lehrerin hat ihn nicht wieder gekannt und hat die Mutter dann zur Schule gebeten. Die hat schon richtig Angst gehabt, was ist jetzt wieder? Und hat aber der Schulschwester das Produkt gezeigt und die war richtig begeistert und hat gesagt, ihr Sohn ist total wie ausgewechselt. und der ist dann auch der beste Schüler geworden. So, das ist ganz interessant, ja, dass man einfach mit der richtigen Ernährung viel verändern kann. So, und jetzt schauen wir uns mal die gesamte Produktpalette an. Da sehen wir alle Produkte und ich gehe einfach noch mal ganz kurz durch, damit man genau weiß, was für was ist. Also starten tun alle entweder mit Classic oder Now. Das ist das Grundprodukt. Da ist alles drin, was die Zelle braucht, was das Immunsystem stark macht. Und was man dazu nimmt, ist das Energize, dieses isotonische Sportsgetränk. Das sorgt dafür, dass die Zelle immer hydriert ist und einfach die Nährstoffe effektiver aufnimmt. Das Fiberstore wäre das dritte, aber man muss nicht damit starten, aber wer einfach mit Magen, Darm, Herz, Kreislauf auch mit ja einfach fördern will, der startet eben einfach mit diesen drei Classic, Energize, Fiberstore oder Now, Energize und Fiberstore. Jetzt die Kapseln ist etwas, die kann man natürlich sofort, dieses Lunar Ridge kann man sofort nehmen. Es ist auch enthalten. Etwas mehr ist noch im Now, aber im Classic ist es auch drin. Aber wer da verstärkt, noch einfach diese Wirkung will, der kann auch sofort mit den Kapseln starten und die dazu nehmen und wie gesagt, das ist das Kinderprodukt, das Now und das Kinderprodukt, das wird auch oft älteren Leuten mit Demenz und solchen Problemen gegeben, weil es einfach das Gehirn fördert. Ja, also das ist jetzt einfach mal ein Überblick über die Produkte und ich werde einfach jetzt meine eigene Geschichte erzählen. Hallo, ich bin Kani Sensation und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was das ist. Ich erzähle euch einfach meine Geschichte. Ich bin ursprünglich Schauspielerin und ich war früher Vollzeit mit einer christlichen Theatergruppe unterwegs, aber als ich in Südafrika war, hatte ich leider einen ganz, ganz brutalen Verkehrsunfall. Dabei hat es mir beide Beine von den Knien zerschmettert, den linken Arm und ich habe wirklich nur durch ein Wunder überlebt. Und das war natürlich eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ich zeige euch einfach ein Bild, wie ich damals im Krankenhaus ausgesehen habe, dass ihr ein bisschen was euch vorstellen könnt. Ja, und das war natürlich nicht ganz einfach. Ich hatte sehr, sehr viele rekonstruktive Operationen, Physiotherapie für ein gesamtes Jahr. Und was dabei passiert ist, darum zeige ich euch das, das war in meinem linken Knie, ja, mit diesen langen, langen Schrauben drin. Und so etwas ähnliches war auch in meinem rechten Knie, einfach um es zusammenzuhalten. Und es war natürlich eine ganz schwierige Zeit. ich hatte Physiotherapie auch für ein gesamtes Jahr und die Ärzte haben gesagt, ich werde nie wieder gehen. Und ihr könnt euch vorstellen, das war so brutal, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und als ich vom Krankenhaus entlassen wurde, hier ist ein Bild davon. Ja, dann wurde ich nach USA quasi transportiert. Meine Mutter hat mir dabei geholfen, Gott sei Dank. Aber dann ging es ja eigentlich auch erst richtig los. Und ich zeige euch einfach, wie ich da ausgesehen habe, dass ihr euch das vorstellen könnt. Die Ärzte haben mir keine Hoffnung gegeben, dass ich je wieder gehen kann. Aber wie gesagt, nach einem Jahr habe ich gehen gelernt. Das Problem war, ich hatte keinen Knorpel, ich ging nur Knochen auf Knochen und habe ganz massiv Arthrose entwickelt. und das war so schmerzhaft. Ich war nur 36 Jahre alt und dann war die Frage, was soll ich jetzt machen, was soll ich mit meinem Leben tun, wie soll es weitergehen. Ich fing an nachzuforschen und mir gewisse alternative Dinge anzuschauen, als ich eines Tages am Radio über ein Produkt hörte und dann die Frau kennengelernt hat, die diese Werbung geschalten hat. Und die hat gesagt, das kann mir helfen. Und nachdem sie mir eine Präsentation gemacht habe, habe ich sofort gestartet, zweimal am Tag Classic und Energize und dann habe ich das erhöht auf dreimal am Tag Classic Energize und habe dann auch das Fibor Store dazu genommen. Und es hat sich angefangen etwas zu verändern. Ich fing an mich wohl zu fühlen, Energie und Kraft zu kriegen. Das war enorm. Und die Schmerzen sind Schritt für Schritt weniger geworden, bis zu dem Punkt, dass ich heutzutage wirklich so gut wie beschwerdefrei bin. Ich kann wunderbar gehen, ich kann Fahrrad fahren und sogar tanzen. So, ich bin so, so dankbar, dass ich das kennengelernt habe. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, früher hatte ich immer Bronchitis mindestens zweimal im Jahr und war sogar im Krankenhaus damit. Heute bekomme keine Bronchitis mehr. Und das andere ist, ich hatte epileptische Anfälle seit meinem 20. Lebensjahr und war auf einer sehr hohen Dosis eingestellt, 1200 Milligramm am Tag. Und als ich startete mit diesen wunderbaren, guten, gut balancierten Produkten, hat mein Neurologe gestartet, meine Medikamente zu reduzieren. Heutzutage bin ich nicht nur schmerzfrei, sondern auch medikamentenfrei und völlig anfallsfrei. Für viele Jahre. So, ich bin sehr, sehr dankbar und das hier, ja, da seht ihr noch einen Haufen Schrauben, das ist heute Geschichte. Und mir geht's gut, ich nehme diese Produkte für den Rest meines Lebens, aber mein großer Wunsch ist, dass auch du die Chance ergreifst, ein optimales Wohlbefinden zu erlangen durch diese wunderbare Sache. Also, ich bin Conny Sensation. Ja, das war natürlich eine interessante Geschichte, hoffe ich für euch und bevor ich auf die Vermarktungsstrategie eingehe, wollte ich noch kurz sagen, die Produkte sind kein Allheilmittel, aber der Körper ist das Wunder und wenn man den Körper richtig versorgt mit optimaler Ernährung, dann kann er auch optimale Gesundheit erreichen. So, und die Vermarktungsstrategie, es ist einfach so, dass es lag mir natürlich dann am Herzen, mir würde geholfen, anderen zu helfen. Ja, wie funktioniert die Sache? Relief hat die Lösung, ja, es ist eine wirklich wachsende Wellnessbranche und das über eine Million Dollar, alle Leute wollen besser fühlen, schöner aussehen, jünger bleiben, alles mögliche. Wir sind ein internationales Unternehmen und das kann man sich leisten, man kann sich leisten, sich da einzukaufen, denn der Erfolg beruht auf den Produkten und das ist eine große Nachfrage und es sind grenzenlose Einkommensmöglichkeiten. Die Geschäftsmöglichkeit ist es so, es sind niedere Anlaufkosten und es ist kein Risiko, man hat ein hundertprozentiges Rückgaberecht für ein gesamtes Jahr, man entscheidet sich wann und wo man arbeitet, man hat keinen Chef, keine Angestellten, man ist sogar Teil eines Teams, das Unterstützung bietet und das ist ganz wichtig, wir bieten recht viel Unterstützung, man muss es nicht alleine machen, ein bewährtes Erfolgssystem. Ich wollte einfach auch nur kurz auf das eingehen, damit ihr einen Überblick bekommt, wie wir das machen, das ist nämlich schon interessant und es gibt einfach fünf Einkommenswege und jetzt werdet ihr einfach sehen, Profit aus dem Einzelhandel, das ist der Kunde, Großhandel ist, wenn Leute im Geschäft sind und man hat sie gesponsert, Override ist passives Einkommen, das man generieren kann, dann gibt es Bargeldboni und Reisen, auch sehr großzügig, im Moment kann man sich sogar für Hawaii qualifizieren und das Beste, das Top ist dieses Ambassador Programm. Okay und jetzt kommt ein kurzes Video, das einfach die Sache etwas erklärt und dann gehen wir, schreiten wir schon vor. Du weißt, was Relives Spitzenprodukte für deine Gesundheit tun können. Doch wie kannst du mit deinem Relive Geschäft Geld verdienen? Relive bezahlt dich durch fünf verschiedene Einkommenswege. Wie in jedem Geschäft verdienst du Geld, indem du Relive Produkte an Kunden verkaufst. Jedes Mal, wenn jemand in deinem Netzwerk einen Shake trinkt, bist du bezahlt und verdienst bis zu 40% an jeder Bestellung. Wenn also dein Kunde 100 Euro ausgibt, kannst du 40 Euro verduchen. Das ist der erste Einkommensweg, Verdienst aus Einzelhandel. Wenn du anderen Menschen von Relive erzählst, werden sich dir viele Personen im Geschäft anschließen wollen. Wenn du ihnen hilfst, ihr Geschäft aufzubauen und ihr Profitlevel zu erhöhen, wirst du aus dem Großhandel verdienen. Der zweite Einkommensweg. Durch den nächsten Schritt wird das Verdienstpotenzial deines Relive-Geschäftes ernsthaft ansteigen. Es beginnt mit deinem Aufstieg zum Master Affiliate, kurz MA, das höchste bei Relive zu erreichen mit Profitlevel. Wenn du nun anderen Personen hilfst, ihr diese prozentualen Verdienste heißen Overrides, dein dritter und lokativster Einkommensweg im Relive-System. So wie deine MAs ihre eigenen MAs hinzufügen und dein Netzwerk wächst, verdienst du aus all diesen Geschäften auch Overrides. Jedes Mal, wenn jemand in deinem Netzwerk einen Relive-Shake trinkt, wirst du bezahlt. Hier kommt nun das Beste. Da Personen, die Relive-Produkte nutzen, Monat für Monat bestellen, kann das Vertriebsnetzwerk, das du aufbaust, sich buchstäblich lebenslang verdienen. Das nennt sich Residualeinkommen. Einkünfte wachsen im Rahmen deines Netzwerkwachstens. Relive belohnt dich auf deinem Weg zum Erfolg. Du kannst Reisen zu den schönsten Orten der Welt verdienen. Nicht zu vergessen die Bargeldboni. Regelmäßig werden neue Anreize geschaffen. Das ist dein vierter Einkommensweg des Relive-Systems. Boni und Reisen. Wenn du ein bestimmtes Erfolgslevel erreicht hast, laden wir dich ein, uns zu helfen, der Welt bessere Gesundheit und finanzielle Freiheit zu bringen und dabei zu helfen, die Führungskräfte von morgen zu formen. Das ist dein fünfter Einkommensweg des Relive-Systems, das Ambassador-Programm. Als Relive-Ambassador wirst du von uns bezahlt, um anderen zu helfen. Mit diesem fünften Einkommensweg schreibst du deine Erfolgsgeschichte selber. Wenn ich die Relive-Opportunität sah, wusste, dass das ein Weg aus diesem 9-5-Grein und das daily commute drei Stunden ich hatte. Diese Möglichkeit ist ein wunderbarer Weg zu gewinnen Ihre Freiheit. Unsere erste Checke war 30 Pohls. Wir wussten, wir mussten arbeiten, zu erhöhen. Ich liebe dass ich arbeiten auf meine Zeit und ich keine Böse bei mir. Jetzt unsere Checke war über 2,200 Pohls. Ich wehre 8,000 Euro a month. Relive ist able zu pay mir für den rest Das war die ganze Zeit in meinem Leben. Der Volumen, in terms of how much we got residually from the company, increased and our cheques just got bigger and bigger each month. Es ist für mich ein confirmation, dass es möglich ist, dass es unglaublich ist mit Relive. Was ich am am meisten stolz von, ist, dass es ein Job zu mehr als 200 Menschen gibt. Sie sehen sie werden, sie bekommen ihre Hilfe zurück, oder zumindest ein Teil davon. Das ist etwas, was ich nie gedacht, wäre möglich oder in meinem Macht. Das gab uns das wichtigste, was wir wollten. Und das war die Wahl. Das hat für uns fantastisch. Ein Relive-Geschäft zu besitzen, ist besser als ein Job. Es ist ein Lebensstil, der grenzenlose Möglichkeiten bietet. Das Leben live. Relive. Ja, und einfach ganz kurz die höchste Ebene, also der Master Affiliate. Warum? Also wir das zum Beispiel auch gemacht haben, weil man genügend Produkte hat zum besten Preis. Man konsumiert es ja sowieso monatlich. Und man bekommt grenzenloses passives Einkommen. Und die Sache ist ja, dass jeder sowieso monatliche Rechnungen hat. Und warum nicht auch ein Passiveinkommen haben? Hier ist nochmal ein Bild von den Bargeldboni und Reisen. Und ich erzähle da einfach auch ganz kurz was dazu. Aber zuerst gehe ich nochmal zu dieser Slide. Hier ist das Ambassador-Programm. Und da seht ihr uns auch noch. Das ist ja das Tolle, wo man bezahlt wird, um anderen zu helfen. Und als wir das erreicht haben, haben wir diese wunderschöne Reise bekommen. Und schaut mal und entdeckt, ob ihr uns dabei seht. I remember sitting there thinking, I need to pinch myself. Is this really real? It's been almost 50 years since I put my toes in the Pacific Ocean. We're talking about first class, five star, amazing. We do lead such an incredibly busy life. We just love these opportunities to be together. It's just phenomenal. Who are going to be the new people we're going to be able to meet? What are the new stories we're going to be able to hear? And what's going to be those special moments that we're going to remember for the rest of our lives? When we were introduced to Relive and chose to join the business, they told us if we helped enough people, we could travel the world. And you know what? We've been able to do that in the last 12 years. We've just seen so many amazing places that we would never have seen before. We dropped our bags in Detroit. We found them in our room when we got here. They made it so clear that it was just all about us. But for such a big company, it's amazing to me how intimate Relive is. It's something that I have never seen before in corporate America. I got to cross a couple things off my bucket list. Costa Rica was one and a zip line was the other. My favorite part about a Relive trip is really the adventure. It was just such an adventure and so much fun. And again, Relive just did it first class. Today, Relive put together a jungle cruise for us. It was absolutely amazing. I felt like I was in the middle of a movie. The wonderful thing about these trips is you can really choose to do what you would like to do and be able to just take that time and do what we felt we wanted to do. Relive, I'll tell you what, they know how to let you do that better than anybody else I've known. We have a pretty hectic schedule like most couples. And the idea of being able to spend time with Don and I just by ourselves in a tropical paradise here is just absolutely amazing. I'm still thinking, okay, when am I going to wake up? This is just a dream. The neatest part of a Relive trip for me is the people who you're with and the friendships you make. The people in Relive are kind and warm. They are the people that you would want to be your best friend. And to see the corporate people here with us, it makes it very personal. And just being able to be with them and socialize with them. And talk on a personal basis that you wouldn't get anywhere else. When you're able to help people reach their goals and you end up getting onto a beautiful trip because of that, I just don't know how it can get any better. It's just an experience we'll never forget. Something we'll never forget. I'll never forget this trip. Yeah, and that was just fabulous. And I just wanted to share it with you in Costa Rica. And how did it come to you? Yeah, originally I was a player. And after the incident, I lived with a very low retirement. I lived in the United States. I lived in the United States. I had not only 480 Dollar a month. And as I had to know the company and the opportunity to help people to help them, I didn't just start with the products, but also with the business. I worked very quickly, on the highest level. It was almost like a wonder, but I did it. I became Master Affiliate. And I worked very closely with my sponsor. I worked very closely with my sponsor. I worked very closely with people to help them. And within one year, I earned 1000 Dollar a month. That was for me great. After two years, I doubled it. I even got between 2.000 and 3.000 Dollar a month. And then I decided to go to Germany, because I wanted to go to Germany, that the people in Germany heard of these great products and of this opportunity. And after five months, I spoke with many people. And then I had to go to the 5th month of about 5.000 Euro. And that was for me saying. Then I had something happened, which I didn't expect. I had my future Ehemann known, Florian. He came with my team, also on the Top-Ebene. And we had a team built. And there were some highlights of it. Because we were talking about these Reisen and these Top-Bonis and these things. We had about five times this Top-Check received. And in Europe were that 2.500 Euro, jeweils zusätzlich. Und in 2011 haben wir zu den Top-Verdienern gehört, den 10 Top-Verdienern und haben dafür eine Reise uns erarbeitet nach Monte Carlo. Eine Woche vor Weihnachten. Das ist schon ganz anders, wenn jemand anders alles bezahlt. Du bist in einem Fünf-Sterne-Hotel total am Mittelmeer und kannst dann noch baden, bist mit den besten Leuten, schlenderst du da über die Plätze, wo die Yachten sind. Also es war echt ein tolles Erlebnis. Und 2013 ist es uns dann gelungen. Da haben wir eine neue Ebene erreicht. Da sind wir eingeladen worden ins Ambassador-Programm. Seitdem sind wir Ambassadors mit Relief. In dem Monat haben wir knapp 10.000 Euro verdient und diese wunderbare Reise nach Costa Rica. Und all das wäre nie geschehen, wenn ich nicht diese super, super Ergebnisse an den Produkten gehabt hätte, die mir so eine Begeisterung gegeben haben. Und einfach auch, dass ich anderen von ganzem Herzen helfen möchte. Das ist jetzt auch Florian und mein Wunsch. Weil was die Menschen am meisten brauchen, ist tatsächlich ja persönliche Freiheit einfach und dann optimales Wohlbefinden und finanzielle Sicherheit. So, und jetzt zeige ich euch noch einen Mann, den wir auch sehr gut kennen. Der heißt Nido Cobain. Er ist der Präsident von High Point University. Und der hat noch etwas zu uns zu sagen als Empfehler. Hallo, ich bin Nido Cobain. Und heute möchte ich mit euch und mit euch sprechen über meine Freunde, Conny und Florian. Was ein kräftiges Team. Sie distributen Nutrition, um deine gute Hilfe zu empfehlen. Sie markieren deine Geschäftsführung, um Geld zu schaffen. Und sie verstehen die Geldprotection für deine Familie. Diese zwei sind Experten. Sie haben es schon lange gemacht. Sie verstehen die Geschäftsführung sehr gut. Sie haben so viele in so many places across the globe. Ich habe sie mit ihnen. 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 Sie haben eine fantastische Firma. Und du sollst du in sie. Sie glauben in es. Sie glauben in excellence. Nicht in perfection. Aber excellence. Das all you do should have value. Und should have relevance. Das every day of your life, you should employ growth mindset. The art of the possible. Not merely fixed mindset. Das ist die way we've always done it. Both of them believe in going the extra mile to serve the needs they work with. Connie and Florian are professionals. They're top notch. I've known them for quite a while. And you would benefit measurably from getting to know them as well. Ja. Bist du bereit etwas zu ändern? Dann entscheide dich jetzt. Der nächste Schritt ist ganz einfach. Es gibt drei Optionen. Kunde. Das ist toll. Dann geht man einfach ans Produkt. Wir nennen das die Landstraße. Aber das macht nichts. Man kommt voran. Und jeder kann einfach Kunde werden. Wir freuen uns, wenn jemand einfach Kunde werden möchte. Und dann ist natürlich der Kundenpreis. Oder ein Schnellstart. Es geht einfach dann schon schneller voran. Und was das bedeutet ist, man hat ein Paket. Und mit diesem Paket hat man genügend Produkt für sich und seine Familie. Oder vielleicht schon für ein paar Freunde. Wenn man möchte. Das kann man aber auch nur für sich nehmen. Und man muss es nicht weitergeben. Aber man hat dann einen Vorteil von 25 Prozent. Oder man startet durch als Master Affiliate. So wie wir das gemacht haben. Und ist quasi auf der Autobahn. Je nachdem. Jede Entscheidung. Jede Entscheidung wird von uns respektiert. So. Wir setzen uns mit euch in Verbindung. Und wir sprechen darüber, was für euch die beste Lösung ist. Auf alle Fälle nicht nur leben. Relive leben. Und ich freue mich darauf, dass dein Leben ab jetzt sich positiv verändert. Und ich liebe es mit positiven Menschen wie dir und euch zu arbeiten. ですか? Passt.